Hallo, schön, dass du reinschaust und willkommen in der Vidensos Family. Das ganze Team freut sich mit dir über das Jahr 2019 und wir können es kaum erwarten, die vielen tollen Themen mit dir hier zu diskutieren, die wir in unseren Videos verarbeiten werden. Mit viel Freude und Kreativität möchten wir dir zukünftige Horoskope präsentieren, verschiedenste Themen zur Liebe, Partnerschaft, Astrologie und viele mehr aufgreifen und auf deine Meinung hoffen dürfen. Vielleicht wirst ja auch du zum Teil der Vidensos Family und verpasst so keinen unserer Beiträge mehr. Was hast du davon, wenn du auf den Abonnieren-Button klickst und Teil der Vidensos Family wirst? Nun ja, eines ist ganz klar, unser aller Leben hält Höhen und Tiefen bereit, egal in welcher Phase man sich gerade befindet. Wir wollen alle unsere Probleme und Angelegenheiten so gut wie möglich meistern und dafür sorgen, dass das Leben wieder bunter und fröhlicher wird. Vidensos möchte dabei helfen. Mit unserem YouTube-Kanal, auf welchem wir Wissen kostenlos teilen, möchten wir auch dein Leben besser machen und eine Unterstützung bieten in jeder Lebenslage. Wir richten uns nach den aktuellsten Themen jedes Jahres, jedes Monats, ja sogar zweimal die Woche, montags und freitags. Hier kannst du auch in den Kommentaren erkennen, dass du mit einem bestimmten Problem nicht alleine bist. Wir alle brauchen im Leben jemanden, mit dem wir reden können, der uns versteht und den richtigen Rat bereithält, wenn wir ihn dringend benötigen. Nicht nur unser sehr freundlicher Kundensupport hilft dir dabei, den passenden Berater für deine Fragen zu finden. Du kannst auch auf unserer Seite www.vidensos.net aus den besten der besten Beratern wählen, die sofort für dich da sein werden, auch in akuten Situationen. Wir sind immer erreichbar, in jeder Lebenslage. Nutze dafür sofort dein 15-minütiges Gratisgespräch. Wenn du jetzt auf den Abonnieren-Knopf drückst, dann ist das komplett kostenlos. Es bedeutet nur, dass du, sobald ein Video von uns hochgeladen wird, als einer der ersten davon erfährst und es dir angucken kannst. So verpasst du keinen unserer Beiträge mehr und kannst aus der Fülle der Themen solche herauspicken, die auf dich zutreffen und dich interessieren. Zu wissen, dass da jemand ist, den man in der Not anrufen kann, war noch nie so einfach und ist mit einem Klick getan. Vor allem werbefrei, denn wir achten darauf, dass unsere Videos nicht durch störende Werbung unterbrochen werden. Wir hoffen darauf, dass du unsere Videos likest, kommentierst und vielleicht durch Anklicken des Abonnenten-Buttons ein Teil unserer Family wirst. Wir freuen uns auch über Themenwünsche, darüber, dass du unsere Videos teilst oder auch nur, wenn du ein freundliches Hallo da lässt. Wir werden dieses Jahr auch wieder unser allerbestes geben, damit wir gemeinsam mit dir über die Grenzen unserer jetzigen Möglichkeiten hinauswachsen können.